Aber zuerst kamen die Leute, die Ärzte von den Hutschrauber und die ganze Straße war gesperrt. Es sind die Ärzte da hier rein, in das Heim, aber ganz entspannt. Ich dachte, es war schon irgendwie, was gewesen ist, es war nicht so richtig heilig. Dann kam eine Krankenwagen hier rein und dann kam raus und wahrscheinlich hat eine Person mitgenommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020